In my Big Fat Greek Wedding haben wir geheiratet und unser kleines Mädchen war sechs Jahre alt. An diese Geschichte knüpfen wir nun an. Unsere Tochter ist mittlerweile erwachsen. Du musst bald heiraten. Du siehst langsam alt aus. Dad, das kannst du doch nicht zu ihr sagen. Papu! Ich wollte mit dieser Fortsetzung vor allem eines zeigen. Ob man will oder nicht, man wird genauso wie seine eigenen Eltern. In Ians und Tulas Ehe ist irgendwie die Luft raus. Führ deinen Mann zu einem Date aus und danach sagt ihn schlüpfrig wie ein Aal. Gern geschehen. Alles wegrasieren. Paris ist 16 Jahre alt und weiß, was sie weht. Ihre Eltern sollen sich ab jetzt aus ihrem Leben raushalten. Florida, Texas, New York. An diesen Colleges bewerbe ich mich. Wieso willst du mich verlassen? Payback. Natürlich gibt es wieder eine große Hochzeitsfeier. Die Hochzeit findet statt. Hör, ihr habt doch Männermuskeln. Die komplette Verwandtschaft ist dabei. Schlüpfer rosa. Griechische Hochzeiten ufern gern aus, wie wir wissen. Ich bin schon auf dem Weg. Ich war beim Zumba. Ich wollte zeigen, dass man Dinge wiederbeleben kann. Auch wenn ich mich ab jetzt zurückhalten werde, hätte ich immer da sein. Das Publikum liebt diese Familie. Können Sie ein Foto machen? Zieh mal ein Halsgleit. Eins, zwei, zehn. Jeder kann sich mit einer Figur identifizieren. Das liebe ich. My Big Fat Greek Wedding 2. Ziehen wir es dann. Ab 24. März im Kino. Was macht ihr? Dad! Und meine Familie ist immer noch zu nah dran. Eltern verdienen auch ein Sexleben.